Willkommen liebe Leute, zurück zu Let's Play Yossi's Valley Vault So sieht's aus. Wir wählen Datei 1.4, Montis Festung und spielen das auch so ein Gleis. Ohne Triggern-Sticker und die Batterie von Gamepad ist alle. Okay, wir werden dies mit dem View-Pro-Controller spielen. Ich muss jetzt mit dem View-Pro-Controller einstellen. Schnitt. Schnitt. Sorry, ich bin mein Bestes. Schnitt. Shit, das ist böse ne? Ich werd mal davon ausgehen dass er böse ist. Genau, wie zuern Rende wird was heilen. Fuck. nein das ist unübersichtlich und krummisch gerade hier alle leute trotzdem gilt ich werde bei der westkammer haben wau applaus ich weiß ich weiß dass ihr es da jetzt gerade so denkt was ein ist das ist aber oder hochfliegen hochfliegen jossi auch Wolle ich hab dann mal keine Wolle drin ist fuck ich muss nur genug springen jetzt muss man klug einst einst anstellen sonst fliegt eine die ganze Wolle da vorne oder man selbst fliegt in die Lava beides sei sie sei sie beides wäre sowohl in die darauf liegen als auch ähm so wir können hallo ja wie geht es hier weiter wie geht es hier weiter ist irgendwas was man übersehen hat irgendetwas was wir übersehen haben ums exklusiv zu sagen also es ist sorry dass das falsch ist hier gerade äh hallo irgendwie noch ne kann zwar hierbei den weg probieren random vielleicht ist es auch ein weg da geht vielleicht ist es sogar der weg den wir nehmen müssen wenn ich so darüber nachdenke wenn ich so darüber nachdenke der letzte mal hat übrigens auch nur das eine Level BÄM dem eh so weil ich habe heute nicht viel Zeit aber ich wollte heute einfach mal so ein paar bringen die GEMBA Batterie ist sehr am leer gehen und ich gehe jetzt nicht mehr das war höchste Ärger und diese hallo leicht und vorher so oh was ist das was haben die alle gegen mich scheiße 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 das übel ist hier müssen wir einfach auch noch warten oh oh fett ist voll knoll Aua Aua Oh, war ich da siebenmal geschüste würde ich sagen na fuck die GEMBA batterie ist sehr leer sehr sehr leer hier blinkt zuen ganz dürr ist wir fehlen auch gleich oh Gott oh mein Gott Wir haben es jetzt mit den ersten fucking Bosse tun. Fick dis. Fick dis. Ich muss ja von drauf. Komm. Okay. Was? Ich kann ihn bitte dagegen tun. und wie oft möchte er das jetzt eigentlich noch tun viermal fünfmal recht hier mit dem auf dem buckel hüpft so was wir uns anstellen es gibt aber auch sichtbar sauber so jetzt muss er doch weg sein oder es sieht sehr aus und damit die Leute aber die Läden für abgeschlossen weiß also er ist ein sehr kurzer Partys ist selber so spät abends Winter ist aufnehmen gefühl versehen die Gäme-Batterie bald leer weil ich hatte heute den ganzen Tag und einen halben Tag weg und und das war nicht so schön das war nicht so schön sorry falls ich gerade der rüber steuern ja und ich hab da einen neuen Anstecker erhalten und das nächste Mal jetzt dann Freiless mit weil dann schon Falter darauf könnt ihr euch den nächsten Part freuen da wird auch wieder länger was preis ist alles jetzt machts gut bis dem nächsten Mal und ciao und dann